Hallo, herzlich willkommen hier bei der Seekütte in der Straße 4. Heute zeige ich euch mal unseren Grill im Betrieb. Wie ihr seht, fällt bei uns alles ein bisschen größer aus. Das geht also beim Grill los, der hat hier einen Durchmesser von 2 Meter. Und das geht weiter mit den Dingen, die hier auf dem Grill liegen. Und die Schweinesteaks zum Beispiel, die haben bei uns ein Rohgewicht von 200 Gramm. Dann haben wir hier die halben Meter Bratbürste. Auch die fallen bei uns ein bisschen größer aus wie sonst wo. Kommen natürlich in ein passendes Baguette, in ein handgemachtes Baguette. Und dann geht das weiter mit den Pommes. Auch die fallen bei uns ein bisschen größer aus. Und weil wir gerade beim Thema Pommes sind, beim Thema Kartoffeln sind, für die Vegetarier haben wir hier auch die Ofenkartoffel im Sortiment. Die gibt es bei uns mit einer hausgemachten Sauercreme. Und dann haben wir noch einen vegetarischen Burger, einen Veggie-Burger im Sortiment. Und natürlich eine vegane Bratwurst. Also für jeden, was dabei war. Was ganz Besonderes bei uns sind auch die vielen Soßen, die wir hier bereithalten für unsere Gäste. Wir haben also nicht nur Ketchup und Mayonnaise. Senf selbstverständlich. Aber hier, da gibt es noch eine Auswahl an verschiedenen Grillsoßen. Für jeden Geschmack ist da was dabei. Und das dürfen sich die Gäste selbst nach Belieben auf ihre Bratwurst, in ihre Stegsemmel hineingeben. XXL-Pommes. Das sind Pommes aus frischen Kartoffeln. Und die gibt es bei uns mit einer großen Auswahl an Soßen. Daran dürfen sich die Gäste selbst bedienen. Und wer dann Durst hat, für den haben wir natürlich auch alkoholfreie Erfrischungsgetränke im Sortiment. Und das Ganze findet ihr in der Straße 4 gegenüber vom Rotor. Guten Appetit! Und da habe ich ihn, dann läBloge张. Und das Ganze findet ihr in der Sachen Standort. Wir wollen Leute zusammenarbeiten. Vielen Dank.